Leute, ich wollte für euch ein Video machen, an Station von der S26, aber wie ihr seht, ich wollte hier sehen, aber kein Betrieb von der Linie S26. Aber ich weiß alle Stationen trotzdem und ich kann für euch trotzdem alles zeigen. Los geht's! Teltow Stadt, Lichterfelde Süd, Ostdorfer Straße, Lichterfelde Ost, Langwitz, Südende, Priesterweg, Südkreuz Bahnhof, Jörgstraße, Anhalter Bahnhof, Potsdamer Platz, Brandenburger Tor, Friedrichstraße Bahnhof, Oranienburger Straße, Nordbahnhof, Humboldt-Hein, Gesundbrunnen Bahnhof, Bornholmer Straße, Wollangstraße, Schönholz, Wilhelmsruh, Wittenau, Weidmannslust. Wir sehen uns gleich wieder.